Der ist krank, Mann. Ist jetzt gut, Mann? Missgeburt, ey. Ja, jeder wird mal ausrasten. Er stellt einfach mein Laptop ab, Mann. Bist du doch eine Missgeburt, ey. Ja, ich war zum Schreiben, jetzt ist alles gelöst, Mann. Schau, die Raten sind schon am Klauen. Ich brauche eine Piltaste. Ich brauche eine Piltaste. Gib mir eine Piltaste. Gebt es mir alle, gebt es mir alle. Ich muss, weißt du, die Kollegin. Gib mal Bildschirm, ich brauche Bildschirm. Ich brauche die Piltaste. Ich brauche die Piltaste. Hey, die Piltaste, lasst ihr rein, ihr Idioten. Die laufen rein, Jungs. Ich brauche die Piltaste. Ich brauche die Piltaste. Ich brauche die Piltaste. Ich brauche nur so Scheiss-Dings. Ich brauche nur so Scheiss-Dings. Nein, ich nicht. Ich brauche so Tasten. Aber hier, nimm den Tasten. Aber hier, nimm den Tasten. Nimm den mal im Salat. Nein, hier anders. Man hat den Laptop auf alles gelöst. Was braucht man alles, um die Tasten zusammensetzen? Ich habe die Piltaste. Die wir mit den Tasten zusammensetzen. Ich brauche die Pistaste. Ich brauche die Pistaste. Ich brauche die Pistaste. Ich brauche die Pistorien. Die Pistaste haben kein Pistaste. Wir haben die Pistaste. Die Pistaste haben sie weiterhin das. Hier hat es gerissen. Du hast es gerissen. Es ist kaputt. Hey Rül, nichts am Boden. Hey, wenn du das breitst, Mann. Hey, Rül, ich will nicht brechen. Das ist unverfällig. So sieht das aus wie ein Bildschirm von Ihnen aus. Ja, jetzt Piltasten. Kann wieder Piltasten. Gut. Das Ding ist kaputt bei mir. Scheisse. Ich weiss nicht, ob du das darfst. Du musst vier Schüsse nehmen. Nein, warte jetzt. Ja, ich weiss aber nicht, ob der Tasten kaputt ist oder der andere Scheisse. Das ist der Piltasten. Ja, ich habe eine Tasten. Bei mir ist eine Tasten.